Wo Ämter versagen, sagen wir Pfui. Martin Rütter knallhart. Ich bleib dabei, den Hut beschlagt haben geht einfach nicht. Behördenwahnsinn und seine Folgen. Foodtruck fehlt Notausgang. Oliver Pocher und der Streit um eine kaputte Mauer. Dann werde ich den jetzt mal der Stadt Passau widmen. Wie wär's mit ner Wurfsendung? Ich musste ganz kurz noch wissen, welche Etage. Deffi will anpacken und hat eine Idee. Lass uns das doch machen. Ich? Ja, wir beide. Wir beide. Wir beide.